Sieht dir nicht geil aus. Das ist der XC90. Das ist ein Auto. Einmalig. Einmalig. Und genau da kann ich hingehen, was ich kümmere dran, was für Autorisch ist. Noch dazu, ich kann ja auch Probefahrer machen. Glaub mir Leute, es ist ein genialer Auto. Das ist der Cruisemobil von Chao-Chao. Thank God it's Friday Cruising in Chao-Chao. Ihr kriegt mich nicht los. Ich komm wieder. Ciao.